Guten Tag, mein Name ist Regina Müller. Ich wohne schon seit über 70 Jahren in Tempelhof und bin schon seit fünf Jahren in der Seniorenvertretung und würde mich gerne wieder wählen lassen. Mein Hauptanliegen ist das Wohnen, denn das ist bestimmt im Augenblick wichtig und auch gerade für ältere Leute. Vielen Dank.